Nochmal das Thema Hausdurchsuchung, Durchsuchung allgemein, Kontrollen. Ich habe oft das Thema, ich sehe es in den Protokollen nach Akteneinsicht und ich spreche den Mandanten darauf an, warum haben sie denn angekreuzt, dass sie der Beschlagnahme zustimmen? Warum haben sie denn überhaupt, wenn es zum Beispiel keinen Durchsuchungsbeschluss gab, warum haben sie denn den Beamten gesagt, dass sie einverstanden sind? Die einen sind besoffen und redselig und denken halt gar nicht. Also der eine hat eine Hanfpflanze zu Hause stehen und lädt die Beamten ein, seine Wohnung sich anzuschauen. Das klingt lustig und unglaubwürdig, aber genau so läuft es. Das hat auch irgendwas mit Überrumpelung zu tun. Die Beamten kommen an eure Tür und ihr habt nicht mit ihnen gerechnet. Und dann ist dann irgend so ein evolutionärer Modus am Laufen, dass man irgendwie kooperieren möchte. Dann sagt man, ja, ich habe nichts zu verbergen. Also man denkt, das wäre jetzt eine tolle Taktik. Oft ist es auch so, dass die Beamten natürlich auch ein bisschen mittricksen. Die sagen dann, ja, wenn sie nicht zustimmen, wir können auch den Richter anrufen oder den Staatsanwalt anrufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist eben doch ein Problem. Und das sagen die euch halt nicht. Die erschleichen sich halt eben eure Zustimmung. Und genauso machen sie das auch mit den Sachen, die sie bei euch finden. Eure Mobiltelefone. Ihr liebt eure Mobiltelefone. Plötzlich sagt ihr, ja klar, könnt ihr gerne mitnehmen. Und zwei Stunden später wacht ihr auf und redet mit eurem Anwalt und fragt ihr euch, warum habt ihr eigentlich jetzt die Mobiltelefone rausgegeben? Warum habt ihr den Code rausgegeben? Da sind private Dinge drin. Ich rede jetzt nicht mal von Straftaten, aber erst recht, wenn ihr Gangster seid. Und ihr lasst jetzt einfach, macht da bei allem mit. Die erfahrenen Gangster, die Verbrecher, die machen das nicht. Aber es sind halt oft viele unerfahrene Leute, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten und dann halt meinen, irgendwie kooperieren zu müssen. Kooperiert nicht. Warum denn auch? Die wollen euch nichts Gutes. Die Polizei. In der BRD ist wirklich schwierig, noch von Respekt zu sprechen, wenn man gesehen hat, was die alles in Pandemiezeiten gemacht haben. Auf Rentner eingeprügelt haben, weil sie irgendwie keine Maske auf hatten oder eine Demo machen wollten und dergleichen. Da sind schon viele Geschmacklosigkeiten passiert. Man muss jetzt auch nicht komplett verachten, jeder macht seinen Job und die machen halt diesen Job. Aber die machen keinen Job für euch. Also das sind natürlich irgendwo Bürger in Uniform. Und es mag auch korrekte Beamte geben, habe ich auch schon gehört, dass da einer sagt, jetzt machen wir keine Angaben. Aber dann gibt es auch die Beamten, die dann sagen, okay, sie müssen nichts sagen, aber dann doch wieder mit ihnen plaudern. Ja, die einfach dann kalkulieren, der ist jetzt hier in der Überrumpelungsphase, es ist früh morgens und es ist für ihn angenehmer einfach, dann mit den Beamten zu reden. Und natürlich hoffen die dann auch, dass ihr ein bisschen was mehr von euch preisgebt. Und das landet alles in der Akte. Ja, das ist vielen vielleicht auch nicht bewusst. Man redet irgendwie von Mensch zu Mensch, aber danach wird ein Vermerk geschrieben und der landet bei der Akte. Und wie ihr euch verhalten habt, was ihr genau gesagt habt, ob ihr höflich wart, ob ihr geschwitzt habt. Alles wird irgendwie notiert, um euch später dann zu überführen.